Kommst auch du aus einem traumatisierten oder gar traumatisierenden Umfeld? Spürst auch du die Traumen unserer jetzigen Zeit? Mein Name ist Dr. Alexandra Kleberg. Ich bin Psychoanalytikerin, Gruppentherapeutin, Rednerin, Autorin rund um das Thema Selbstheilung. Und die Selbstheilungskräfte werden häufig blockiert durch zugrunde liegende Traumen. Traumen sind nicht immer die großen Ereignisse wie Kriege, Naturkatastrophen, verschiedene Formen von Unglück. Traumen passieren auch ganz im Kleinen, nämlich überall dort, wo unsere Würde, unsere Authentizität, unsere Freiheit und unsere Kreativität verletzt werden. Die große Frage ist immer, wer bist du jenseits von Trauma? In meiner Masterclass Trauma ist kein Karma geht es genau darum. Du kriegst Einblicke in theoretisches Wissen rund um das Thema Trauma, ein paar ganz konkrete Übungen, dich körperlich und emotional von Traumen zu befreien und eine Imagination, um dich innerlich zu versöhnen. Bist du interessiert, dann klicke auf den Anmelde-Button. Ich freue mich sehr auf dich. Von Herzen, Alexandra. Vielen Dank. Vielen Dank.